Der Himmel über Schaffhausen Von hier aus beobachten wir das Universum, nicht mit Feldstechern, sondern mit sogenannten Teleskopen, weil wir damit mehr sehen. Bei klarem Himmel zeigen sich uns Planeten, weit entfernte Sonnensysteme oder geheimnisvolle Nebel, aus welchen neue Sterne geboren werden. Vielleicht kennst auch du ein Objekt, das wir dir näher bringen können oder das du gar auf eigene Faust suchen willst. Kinder erhalten für jedes entdeckte Objekt einen Sticker, den sie in ihr persönliches Sternenjägerbüchlein einkleben können. Ein bewölkter Himmel ist für die Schaffhauser Sternwarte kein Grund, auf Astronomie zu verzichten. Unser modernes 360-Grad-Kino mit 25 Sitzplätzen macht atemberaubende Ausflüge ins Weltall möglich. Keine Angst, bislang sind alle Besucher wieder sicher auf die Erde zurückgekehrt. Für den Durst und für spannende Gespräche gibt es die Astro-Bar, welche bei schönem Wetter auch unter freiem Himmel aufgestellt werden kann. Von der Terrasse des Planetariums genießen sie eine einmalige Aussicht auf die Stadt Schaffhausen und den nahegelegenen Randen. Sie wollen ihren Geburtstag bei uns feiern oder mit ihrem Anlass nach den Sternen greifen. Wir entführen sie und ihre Gäste nicht nur ins Universum, auch kulinarisch sorgen wir für Glanzpunkte. Die Sternwarte ist für Gesellschaften bis zu 40 Personen der ideale Ort. Besuchen Sie unsere Homepage und reservieren Sie heute noch Ihr Erlebnis auf der Sternwarte. Wir von der naturforschenden Gesellschaft Schaffhausen sorgen dafür, dass Naturwissenschaften richtig Spaß machen.